Data Researches Prof. Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für Industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches-Vlog beleuchtet Prof. Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Der Datenraum Mobilität oder Mobility Data Space, wie er im englischen Sprachgebrauch heißt, ist die Datendrehscheibe für Mobilitätsdaten in Deutschland und dann auch in Kooperation mit anderen Datenräumen in Europa das Bindeglied sozusagen für einen europäischen Mobilitätsdatenraum. Warum braucht man so einen Datenraum in der Mobilität? Nun, wir sehen das am eigenen Leibe. Wenn wir als mobile Bürger unterwegs sind und beispielsweise von hier in Dortmund nach Zürich in der Schweiz oder so etwas reisen, dann haben wir auf dieser Reisekette mit einer ganzen Reihe von Mobilitätsdienstleistern zu tun, die alle ihre eigenen digitalen Dienste halt haben. Also das sind die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe, das sind die Deutsche Bahn zum Beispiel, es sind Taxiunternehmen, es sind Fluggesellschaften, Hotelketten und, und, und. Sodass faktisch eine ganze Vielzahl von Akteuren involviert ist, um einen Ende-zu-Ende intermodalen Mobilitätsdienst anzubieten. Und das ist sowohl für uns als mobile Bürger etwas unschön, weil wir ja diese Integrationsleistung übernehmen müssen. Wir müssen ja sicherstellen, dass wir Accounts haben bei all diesen Anbietern beziehungsweise deren Apps und wir müssen diese ganzen Apps dann synchronisieren. Wir haben selten auch mal einen Überblick über alle Fahrpläne, die relevant sind, geschweige denn, dass wir irgendwo über eine einzelne App buchen können. Sondern wir sind eben halt diejenigen, die dafür Sorge tragen müssen, dass diese gesamte Kette aus verschiedenen Mobilitätsangeboten und, wie gesagt, den zugehörigen Smart Services oder Apps irgendwie Ende-zu-Ende, also durchgängig funktioniert. Und die Ursache, dass das so ist, liegt unter anderem daran, dass kein Einzelner dieser Akteure alleine alle Daten hat, die es braucht, um diesen Dienst durchgängig anbieten zu können. Und so müssen wir letzten Endes halt einen Raum schaffen, wo man Daten teilen kann, und zwar unter fairen Bedingungen. Sodass derjenige, der die Daten teilt, sich auch darauf verlassen kann, dass diese Daten nur für den von ihm oder von ihr bestimmten Zweck genutzt werden. Und auf der anderen Seite müssen sich die Datennutzer darauf verlassen können, dass sie einfachen Zugang zu diesen Daten haben und dass die Daten letzten Endes auch aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen. Und genau das leistet der Datenraummobilität. Wie gesagt, es ist eine Datendrehscheibe, wo, wenn man so will, Datenangebot und Datennachfrage zusammenkommen. Die technische Architektur, auf der der Datenraummobilität basiert, ist die Referenzarchitektur der International Data Spaces Association, die ja genau einen verteilten Datenraum spezifiziert und die entsprechenden Softwarekomponenten dafür nicht nur beschreibt, sondern auch Sorge trägt, dass diese Softwarekomponenten auch in Code, also implementiert als Open Source Software, verfügbar sind. Wir als Fraunhofer sind seit Anfang an beteiligt, sowohl an der IDS-Initiative als auch mit dem Beginn der Umsetzung an der Datenraummobilität-Initiative und stellen halt sicher, dass diese Softwarekomponenten integriert funktionieren und damit letzten Endes halt das Rückgrat, das Fundament, je nachdem, wie man das sehen will, für den Datenraummobilität erbilden. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Datenraummobilität, weil er eben halt auf den IDS-Konzepten basiert, ohne eine zentrale Datenhaltung auskommt und letzten Endes halt das Software-System ist, was ein ganzes Ökosystem unterstützt und eben nicht nur einen zentralen Player, der alle Datenflüsse kontrolliert. Das ist ganz wichtig. Es ist auch das erklärte Ziel, dass die Softwarearchitektur des Datenraummobilität Gaia-X konform ist. Das ist wichtig, weil diese Softwarekomponenten ja auf Cloud-Infrastrukturen zum Einsatz gebracht werden und wir deshalb eben das Wertversprechen von Gaia-X, also Souveränität in der Cloud, aber auch Interoperabilität und Portabilität von Infrastrukturangeboten halt sicherstellen wollen. Insofern ist der Datenraummobilität einerseits ein sehr, sehr gutes Beispiel für die Nutzung von Technologien, die Daten- und Cloud-Souveränität erlauben, aber es ist eben auch ein exzellentes Beispiel dafür, wie solche Ökosysteme entstehen, die eben unterschiedlichste Datengeber, Datennehmer und Diensteanbieter zusammenbringen, aus der Wirtschaft, aus der Industrie, aus der öffentlichen Hand und nicht zuletzt uns als Bürger, einerseits als Datengeber, aber eben halt auch als Nutzer und als Kunde mit berücksichtigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017